Dad, die anderen im Chat lachen über meine Stimme. Ach, du wirst einfach nur erwachsen. Hier, ich hab da was für dich. StarCraft II? Du bist kein Kind mehr, mein Sohn. Du solltest was für Erwachsene spielen. Kein Ausreden mehr, StarCraft II ist jetzt kostenlos. Werd erwachsen auf StarCraft2.com Danke, Dad. Untertitelung des ZDF, 2020